Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Videokurses. In diesem Teil geht es um Learning Outcomes. Sie erinnern sich, um Expertise anfängertauglich zu formalisieren, brauchen Sie in der Hochschullehrer eine Abstimmung zwischen Ziel, Lernweg und Prüfung. Das haben wir im Video zum Constructive Alignment besprochen. Daher nutzt die TH Köln das sogenannte Was-Womit-Wozu-Modell zum Schreiben von Learning Outcomes. Es ermöglicht ihnen, Expertise in Lernwege und Aufgaben so zu übersetzen, dass ihre Lehre auf einem hohen Niveau stattfinden wird. Und es ermöglicht ihren Studierenden, Verantwortung für ihre Lernprozesse zu übernehmen, indem es Transparenz über Kriterien und Inhalte schafft. Die Studierenden wissen genau, was sie können sollten, wenn sie die Prüfung bestehen möchten. Also als Kurzformel, wer tut was, womit und wozu. Schauen wir uns den Bauplan für ein solches Learning Outcome genauer an. Das Was definiert, was die Studierenden am Ende des Semesters tun können. Es benennt, was geprüft werden wird, enthält am besten nur ein einziges Verb und beschreibt die anspruchsvollste Handlung, die nach aktiver Teilnahme an ihrer Lehrveranstaltung durchgeführt werden kann. Die Bestandteile dieses Handelns, die einzelnen Fähigkeiten, die kombiniert werden müssen, um im Sinne des Was zu handeln, legen sie im Womit fest. Im Womit stehen die Werkzeuge, die Studierende für das im Was benannte Handeln verwenden. Werkzeug ist hier eine Metapher für all das, was sie im Laufe des Semesters mit den Studierenden erarbeiten. Im Womit stecken also die Inhalte der Lehrveranstaltung. Das Wozu schließlich beschreibt, warum die Studierenden diese Kompetenz brauchen, was sie damit später alles noch tun oder lernen können. Eine solche Begründung ist für ihre Novizinnen und Novizen oft nicht klar, zumindest längst nicht so klar wie für sie. Schauen wir uns ein Beispiel an. Das Was könnte lauten? Die Studierenden können ein Sicherheitskonzept für ein gegebenes Gebäude erstellen. Sie sehen, ein Verb, eine anspruchsvolle Kompetenz. Dafür brauchen die Studierenden Fähigkeiten aus unterschiedlichen Bereichen. Die Frage, welche Bereiche das sind, führt uns direkt zum Womit. Wichtig sind sicherlich architektonische Gegebenheiten, wie zum Beispiel Gebäudetypen. Eine Schule etwa wird andere Fluchtwege brauchen als eine Tiefgarage. Und auch Besonderheiten im Grundriss, Treppen, Flure, Türen und so weiter werden eine Rolle spielen. Der Gebäudetyp prägt wesentlich den Zweck und die Nutzung des Gebäudes und dafür gibt es rechtliche Bestimmungen, die berücksichtigt werden müssen. Aha, und aus dieser Überlegung resultiert, dass auch die Funktion des Gebäudes einen Unterschied machen kann. Schülerinnen und Schüler verhalten sich im Gefahrenfall anders als Autofahrerinnen und Autofahrer. Unser Womit zeigt also, dass es in dieser Lehrveranstaltung drei Kategorien von Werkzeugen gibt, die miteinander verknüpft werden müssen, um das Was zu ermöglichen. Architektur, Recht und Psychologie. Das Wozu schließlich klingt zunächst sehr ähnlich wie das Was. Ein großer Unterschied ist aber, dass der geschützte Lernort Hochschule eben keine Firma ist. In der Hochschule können Studierende in Ruhe lernen, wie sie Sicherheitskonzepte erstellen. Sie dürfen Fehler machen und Experimente, kreativ sein und Entscheidungen revidieren. Später, bei der Planung für ein Bauprojekt muss jeder Schritt sitzen. Nebenbei gesagt, Hochschullehre kann natürlich einen solchen Realismus auch abbilden, durch Projekte, Service-Learning oder ein Praktika zum Beispiel. Diese Entscheidung treffen Sie, indem Sie das Curriculum, die Ressourcen und Ihre eigenen Interessen berücksichtigen. In unserem Beispiel soll es sich um eine Lehrveranstaltung handeln, die ausschließlich in der Hochschule stattfindet und daher auf Konzepte bezogen ist. Bevor Sie sich nun ans Schreiben Ihres Learning Outcomes machen, möchte ich Ihnen noch zwei wichtige Werkzeuge zeigen, die sehr hilfreich sind. Die Taxonomiestufen und die Verben der äußeren Sichtbarkeit. Taxonomiestufen sind ein Modell zum Beschreiben von kognitiven Handlungen und die Verben der äußeren Sichtbarkeit helfen dabei, Kompetenzen ausreichend konkret zu beschreiben. Unser erstes Werkzeug, die Taxonomiestufen nach Benjamin Blum, sind schon sehr alt, aber relativ einfach zu verstehen und sehr hilfreich im Ansatz. Es gibt sechs verschiedene Taxonomiestufen. Die beiden niedrigsten Stufen beschreiben einfache kognitive Handlungen. Erinnern zum Beispiel bedeutet, dass Lernende Begriffe oder Fakten richtig benennen können. Eine auswendig wiedergegebene Definition zum Beispiel wäre Taxonomiestufe 1. Und da sehen wir schon das Problem. Wenn man eine Definition auswendig kann, weiß man noch nicht automatisch, was sie bedeutet oder wie man den definierten Sachverhalt benutzen würde. Kennen Sie das, dass Studierende in Klausuren eine Definition aufschreiben, wenn ein Fachbegriff in der Fragestellung vorkommt? Und dass sie also die Frage gar nicht richtig gelesen und verstanden haben, dass sie zum Beispiel denken, naja, wenn die Definition richtig ist, bekomme ich wenigstens einen Punkt. Das ist ein typischer Effekt von Auswendig-Lernprüfungen. Die Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden hat offenbar das ganze Semester über nicht dazu beigetragen, dieses Missverständnis auszuräumen. Taxonomiestufe 2, Verstehen, bedeutet, dass Lernende Zusammenhänge in eigenen Worten darlegen können. Dafür braucht es also mehr als das reine Auswendiglernen. Beide Stufen beschreiben reproduktive kognitive Handlungen. Auf beiden Stufen findet Lernen quasi in kleinen Häppchen statt. Es gibt viele Einzelteile, die abgespeichert, aber noch nicht in Bezug auf eine Handlung miteinander vernetzt werden. Beide Stufen genügen für hochschulisches Lernen nicht, sondern haben eine Hilfsfunktion für die höheren Taxonomiestufen. Stufe 3, Anwenden, bedeutet, theoretisches Wissen praktisch zu nutzen. Ein kognitives Werkzeug wird nicht nur vorgestellt oder erklärt, sondern benutzt. Rechnen oder Übersetzen zum Beispiel wären solche Anwendungen. Anwenden kann also eine durchaus komplexe und anspruchsvolle Handlung sein, für die es Übung und Erfahrung braucht. Und spätestens hier wird deutlich, ohne Verständnis der Begriffe und der Zahlen oder der Formeln, die benutzt werden sollen, klappt Anwenden nur als Zufallstreffer. Daher sind die Taxonomiestufen so visualisiert, wie Sie das hier sehen. Die niedrigen sind quasi in den höheren Stufen eingeschlossen. Auf Stufe 4 werden die Aufgaben komplexer. Beim Anwenden ist noch klar, welches Werkzeug benutzt werden soll. Auf Stufe 4 entscheiden Studierende das selbst. Sie brauchen also Kriterien darüber, welche Werkzeuge für was taugen. Es entsteht ein eigenständiger Blick auf eine bisher unbekannte Situation. Aufgaben mit Fallbeispielen oder Szenarien sind typische Beispiele für Taxonomiestufe 4. Da mit Daten und Fakten etwas getan wird, sagt man, dass diese beiden Stufen Wissen reorganisieren. Wir werden im nächsten Video zum Thema Prüfungsaufgaben noch einmal detaillierter analysieren, warum Aufgaben welchen Taxonomiestufen zugeordnet werden. Die Stufen 5 und 6 sind das, was spezifisch akademisches Arbeiten bedeutet. Stufe 5, einen Plan oder ein Programm entwerfen, neue Hypothesen entwickeln. Es entsteht ein neuartiges Ganzes. Verschiedene Methoden werden integriert. Hier wird eine schöpferische Leistung verlangt. Und Stufe 6, Konzepte, Modelle, Lösungen oder Verfahren werden im Hinblick auf bestimmte Kriterien bewertet, verglichen oder kritisch reflektiert. Daten und Fakten werden auf diesen beiden Stufen also so rekonstruiert, dass etwas Neues Kreatives entsteht. Eins ist sehr wichtig in Bezug auf diese Taxonomiestufen. Es ist keinesfalls so, dass Studierende in den ersten Semestern nur auf den niedrigen Stufen lernen sollten. Daten und Fakten, die wir ohne Zusammenhang, ohne Vernetzung und damit ohne Sinn abspeichern sollen, gehen uns schnell wieder verloren. Unsere Gehirne sind keine Datenspeicher, sondern Mustererkenner oder Sinnsucher. Dieses Thema können Sie hier im Kurs vertiefen über die Schlagworte Oberflächen lernen und Tiefen lernen. Nun schauen wir uns unser Learning Outcome nochmal an. Welche Taxonomiestufe ist das wohl? Erstellen bedeutet, dass die Studierenden aus einer Menge von Daten und mithilfe von sehr unterschiedlichen Kategorien ein Konzept schreiben. Dafür brauchen sie Abwägungen und Kreativität. Sie haben Spielräume für eigene Entscheidungen. Es wird mehrere gleich gute Lösungen geben. Das sind alles Merkmale der Taxonomiestufe 5. Und auch das Wozu liegt auf Stufe 5. Das ist wichtig, denn es wäre widersinnig, wenn das Wozu taxonomisch niedriger wäre als das Was. Und diese beiden Womits liegen auf Taxonomiestufe 3. Anwenden. Und das erste Womit ist sogar Taxonomiestufe 4. Analysieren. Auch das ist wunderbar, weil das Was ja immer die taxonomisch höchste Kompetenz beschreibt, damit die Womits Werkzeuge sein können, die man zum Ausführen dieser Kompetenz braucht. Wir haben noch ein zweites Werkzeug zum Schreiben von Learning Outcomes, die Verben der äußeren Sichtbarkeit. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder beschreibt das Verb eine Handlung, die sich unmittelbar beobachten lässt. Das bedeutet, dass zwei Personen, die jemandem beim Handeln zusehen, dieselbe Handlung sehen würden. Zum Beispiel eine Prüfung, für die eine Simultanübersetzung angefertigt werden muss. Dieser Begriff der äußeren Sichtbarkeit mag eigenartig wirken. Aber es gibt Verben, die sehr häufig in Learning Outcomes oder Modulhandbüchern vorkommen, die keine solche äußere Sichtbarkeit beschreiben. Einige davon sehen Sie hier. Sie sind wenig hilfreich für Learning Outcomes, weil sie die eigentliche Kompetenz verschleiern. Und dann können sie keine Prüfungsaufgabe daraus ableiten. Woran zum Beispiel erkennen Sie als Lehrende, ob Studierende etwas verstanden haben? Ob sie mit etwas vertraut sind oder Wissen erworben haben? All diese Begriffe beschreiben einen Zustand im Kopf der Studierenden, der sich nicht von außen beobachten lässt. Daher streichen Sie diese Verben aus Ihrem Learning Outcome, falls Sie sich eingeschlichen haben sollten. Aber zurück zu den Verben der äußeren Sichtbarkeit. Wir hatten schon die unmittelbare Beobachtung einer Handlung und es gibt noch eine Möglichkeit. Ein Verb im Learning Outcome könnte auch eine Handlung beschreiben, die ein beobachtbares Produkt erzeugt. So wie bei uns in unserem Beispiel. Das Produkt wäre das Sicherheitskonzept für ein Gebäude. Diese Beobachtbarkeit ist deswegen so wichtig, weil sich eine Kompetenz an sich nicht prüfen lässt. Wie das Eisbergmodell verdeutlicht. Eine Kompetenz kann per definitionem in unterschiedlichen Situationen zur Anwendung kommen. Kompetenzen sind komplexe Handlungsfähigkeiten, die sich meist aus mehreren Elementen zusammensetzen. Um kompetent zu handeln, bedarf es daher nicht nur der Fertigkeiten, sondern auch der Entscheidungsfähigkeit, wann welche Handlung wie durchzuführen ist. Wenn man eine Kompetenz vollumfänglich beobachten wollte, müsste man also jemanden länger begleiten und dabei zuschauen, wie sich die Kompetenz in vielen verschiedenen Situationen in Handlungen zeigt. Das ist in Prüfungen an Hochschulen eher nicht möglich, denn die meisten Prüfungsszenarien erlauben keine längeren Beobachtungszeiträume. Daher zeigt sich in der Prüfung nur die sogenannte Performance. Eine Art Ausschnitt also aus demjenigen Handeln, das jemand beherrscht, wenn sie oder er eine Kompetenz erworben hat. Lässt sich eine Performance unmittelbar oder anhand eines Produktes beobachten, kann auf eine prinzipielle Kompetenz geschlossen werden. Das soll der Eisberg als Metapher verdeutlichen. Der Teil des Eisberges, der sichtbar ist, lässt eine begründete Vermutung darüber zu, dass ein größerer Teil unter Wasser liegt. Aus diesen Gründen wäre ein Learning Outcome zu diesem Video wenig hilfreich, wenn es so formuliert wäre wie in diesem Beispiel. Die Teilnehmenden verstehen das Konzept des kompetenzorientierten Prüfens, indem sie mit Textarbeit die Theorie erschließen und sie durch Referate in der Gruppe zur Diskussion stellen, um später gute Lehre machen zu können. Wir sehen, im Was steht kein Verb der äußeren Sichtbarkeit. Im Wozu finden wir didaktische Methoden statt Werkzeuge. Die Textarbeit ist ja kein Werkzeug, das ich brauche, um das Learning Outcome zu schreiben. Das Wozu ist zu allgemein, auch wenn es nicht wirklich falsch ist. Hilfreicher für das Formalisieren ihrer Expertise wäre dieses Learning Outcome. Die Teilnehmenden können ein Learning Outcome für eine Lehrveranstaltung schreiben, indem sie die Was-Womit-Wozu-Struktur verwenden und die Taxonomiestufe mit Verben der äußeren Sichtbarkeit eindeutig beschreiben, um später kompetenzorientierte Lehrveranstaltungen konzipieren zu können. Das Was liegt auf Taxonomiestufe 3. Anwenden. Und wir haben ein beobachtbares Produkt darin beschrieben, nämlich das Learning Outcome. Im Womit finden wir drei Werkzeuge, die wir hier besprochen haben. Was-Womit-Wozu, Taxonomiestufe und Verben der äußeren Sichtbarkeit. Und das Wozu steht in einem sinnvollen Zusammenhang zum Was. Zu diesem Video gibt es einige Transferaufgaben und vertiefende Materialien. Jetzt geht es ans Schreiben eines Learning Outcomes für eine ihrer Lehrveranstaltungen. Und es könnte sein, dass das gar nicht so einfach ist, wie es auf den ersten Blick aussieht. In Workshops verbringen wir damit schon mal einen halben Tag. Aber wenn Sie wirklich ein passendes Learning Outcome geschrieben haben, fällt Ihnen der Rest leicht, versprochen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Schreiben und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dort beschäftigen wir uns mit Prüfungsaufgaben.